Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Moratti bei den exotischen Pflanzen zu verändern und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu verändern und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merdshop vorbei, schaut bei mir vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos angrücken und mein Logo angrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos. Abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Fleisch mehr. Heute da mal die Babaya und Dopfen und die brasilianische Quafe. Das zeige ich euch in diesem Video jetzt. Jetzt da mal viele Pflanzenerde hinein. Das war sicher zu viel. Jetzt kommt ein bisschen diesen Dünger hinein. Jetzt habe ich Dünger reingetan. Dann macht die Pflanze dann hinein. So, jetzt topfen wir die Papaya-Pflanze aus. Schauen wir mal, wie die Wurzeln ausschauen. Ja, schauen richtig gut aus. Jetzt da mal die Erde hinein. So. Jetzt muss ich gar nicht die Erde holen. Ist mir momentan ausgegangen. Diese Sorte da mal umtopfen. Die Papaya. Jetzt da mal Erde. Schalt hinein. Nicht andrücken vergessen. So. Jetzt da mal nach. Bis sie noch auffüllen. Bis sie noch auffüllen. Die Papaya. Bis sie noch auffüllen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Kübelpflanzenerde. Jetzt kann man Etikett reinstecken. Und angießen. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt gießen wir es an. Das scheint... ...spielwürzeln... ...kann. Jetzt da mal noch nicht Dünger hinauf. So. Jetzt habe ich Kübelpflanzenerde hineingetan. Jetzt da mal diesen Dünger hinein. So. Jetzt kommt die Pflanze. Die brasilianische Quafe. Heißt so lateinisch. Das zeige ich euch. So. Jetzt da mal austopfen. Okay. Hoffentlich überlebt sie das. So. 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 Andy. Und die ganzeze erscheinen. Dann geht es. So. So. Dann mal zuerst. Dann mal die Babblet da runter. So. 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 dass ich da ein bisschen entstanden habe. Jetzt da mal, es scheint Erde zu sein. Jetzt nehmen wir das von dem. Jetzt da mal, da mal, Etikett hinein. Und jetzt da mal angießen. Jetzt da mal noch angießen. Gescheit. Bisschen noch. Hier haben wir die Maracuja hingestellt. Hier haben wir die Papaya. Kann man an die Blätter erkennen. Hier haben wir die Granatilla hingestellt. Hier haben wir die Avocado. So. Hier haben wir die Kaki. So viele Früchte haben wir. Hier haben wir die Papaya hingestellt. Wo wir umgedopft haben. So. Und hier haben wir die eine Frucht hingestellt. Hier haben wir ganze exotische Pflanzen auf dem Tisch stehen. Meine Sammlung. Und hier haben wir die Banane. So. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut's in die Videobeschreibung. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut's Kanal Info. Schaut's bei i vorbei. Und am Ende des Videos. Kannste drei Videos. Andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde. Familie. Bei Facebook. Bei WhatsApp. Auf Instagram. Auf Snapchat. Überall. Und tut's den Kanal kostenlos. Abonnieren. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und keine Leistwim mehr. Bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janos Moratti. Ciao. 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 Vielen Dank.